So, liebe Nestlefit-Familie, da sind wir wieder. Heute mit einem Ganzkörper-Workout. Schwerpunkt Core. Und ja, da werden wir richtig gut Gas geben. Da fangen wir jetzt gleich mal an, uns ein bisschen warm zu machen. Machen wir erst ein paar Jumping-Checks. Auf geht's. Und los. Jawoll. Super. Ich freue mich schon auf ungefähr 15 Minuten. Ganzkörper-Workout mit euch. Okay. Dann gehen wir ein bisschen ins Joggen. Machen uns warm. Jawoll. Sehr gut. Super. Wie gesagt, Sperrpunkt Core. Da braucht man den Core für alles, den Rumpf, für alle möglichen Bewegungen. Und da ist noch oftmals andere Muskelgruppen mit involviert. Dann machen wir gerade den Rumpf und machen wir extra ein bisschen warm. Drehen uns zur Seite. Jawoll. Beine bleiben gerade. Jawoll. Super. Sehr gut. Okay. Dann sind wir ein bisschen aufgewärmt. Dann können wir runter gehen. Auf geht's. Wir brauchen heute eigentlich nur eine Matte. Mehr braucht ihr nicht. Gehen wir runter. Fangen an für Füßlerstand. Gehen hoch. Und starten mit Morgengleiter. Okay. Okay. Komm. Sehr gut. Auf geht's. Noch ein bisschen schneller. Auf geht's. Schleller, schneller, 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 schneller. Komm. Jawoll. Und wieder langsamer. Okay. So ist die Pause. Machen wir das Ganze gleich noch einmal. Dann sind wir richtig gut aufgewärmt. Kann es richtig losgehen. Jawoll. Wir gehen noch mal hoch. Und machen noch das Lampfen. Auf geht's. Noch mal Gas geben. Yes. Yes. Sehr gut. Jawoll. Komm. Noch mal Gas geben. Noch mal schneller. Auf geht's. Noch mal alles raus holen. Noch mal 10 Sekunden. Auf geht's. Jawoll. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Und. Gut. Sehr gut. So. Wir gehen uns auf die Rückseite. Auf den Rücken. Den runter. Jawoll. Wichtig. Arme. Neben den Körper. Jetzt. Beine gestreckt. Und nach oben. Hüfte abheben. Und wieder nach unten. Auf geht's. Beine gestreckt lassen. Mit den Beinen nicht ganz den Boden berühren. Bis kurz davor. Auf geht's. Jawoll. Jawoll. Geht richtig gut in unserem Bauch. Auf geht's. Noch fünf Stück. Drei. Drei. Zwei. Eins. Und. Auf einen. Komm. Jawoll. Sehr gut. Mit kleinstem Ablegen. Ganz stark macht sie das. Ach nein. Mathe verrutscht ein bisschen. Mit der Zeit noch. Aber wenn man hier in Action ist. Dann verliert es auch mal. Jawoll. Schnaufe. Schnaufe kurz durch. Und machen dann eine leicht abgewandelte Form von der gleichen Übung. Jawoll. Auf geht's. Strecken wieder die Beine. Arme wieder neben den Körper. Gehen hoch. Diesmal heben wir nur leicht die Hüfte. Und gehen nicht runter. Hüfte heben. Auf geht's. Hüfte heben. Auf geht's. Hüfte heben. Jawoll. Hüfte heben. Auf geht's. Super. Jawoll. Jawoll. Hüfte heben. Auf fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und noch. Einen. Komm. Jawoll. Sehr gut. Super macht ihr das. Jawoll. Ich bin richtig stolz auf euch, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Richtig Bock noch auf die nächsten acht bis zehn Minuten. Jawoll. Okay. Wir bleiben gerade hinten. Wir machen jetzt einige meiner Lieblingsübungen. Den sogenannten Käfer. Wenn ich den gerne sage. wir tun mit dem rechten Ellbogen das linke Knie berühren. Und geht mit dem anderen Bein gerade gestreckt nach unten. Wir bringen aber den Boden nicht. Und dann entwechseln. Jawoll. 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 V Bird. Tenden Punkt. Einen. Sohor. Brusten. Tenden Punkt. Üst's. Tenden Punkt. Tenden Punkt. Zwei. v. Jеть. Yens. Und gut. Klingt an langsam, mich richtig schön reinzuhauen. zu ziehen, zu brennen. So wollen wir das alle. Jawoll. Das machen wir gleich nochmal. Und dann gehen wir wieder hoch und machen wirken. Jawohl. Okay. Da gehen wir wieder rein. Und fangen an in 3, 2, 1 und los. 1, 2, ja, komm. Super. Ja. Schön. 4, 3, 2, 1 und gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gehen wir hoch. Wir richten unsere Matte. Jawohl. Und dann geht es gleich weiter mit Burpees. Nochmal kurz ausschütteln. Bisschen lockern. Burpees sind auch eine richtig gute Übung. Gerade für den Rumpf, für die Beine, für die Arme. Das ist alles dabei, Oberkörper. Und wichtig, bei jedem Sprung muss unser Rumpf auch sehr gut angespannt sein. Okay. Dann sind wir jetzt fertig. Wir kurz ausruhen. Und dann geht es weiter. Und los. Komm mal. 15 Stück. 15 Stück zusammen. 2, ja, 3, ups, ja, komm, auf. Super. Super. Ja, aber noch 5, 4, 3, Zwei. Zwei. Und noch ein. Komm. Jetzt nehmen wir die ganze Debatte mit. Richtig in Action hier. Sehr gut. Aber ihr wisst, wichtig, auch in dieser Corona-Zeit No Excuses. Zuhause können wir genauso Sport machen. Und genau dafür sind wir hier. Kurz durchschnaufen. Bringt den Kreislauf richtig hoch. Jawohl. Ausschütteln. Auf geht's. Wir machen nochmal 15 Burpees. Für die, für die das Springen zu schwierig ist, hier. Gehen einfach nach vorne. Gehen runter. Legen kurz ab. Gehen wieder hoch. Und gehen dann langsam nach oben. Springen. Und gehen wieder runter. Schön langsam. Ich werde es probieren durchzuziehen. 15 Mal zu springen. Gucken wir mal, ob das Ganze klappt. Und. Weiter geht's. 15 Mal Burpees. Und los. Wir haben die Notfalleück .... 15 Mal, mit einem Rotat Assist, Detail wird am Rotat pioneer werdenlug Actually. Jez. Auf geht's. 2. y planted Bienen Netz. 1. 2. Zeit. 1. Auf gehts, kommen wir noch hin. Noch drei. Zwei. Eins. Und gut. Sehr gut. Ganz stark. Ich bin sehr stolz auf euch, dass wir so durchziehen. Jawohl. Okay. Okay. Wir gehen noch mal runter. Diesmal legen wir uns auf den Bauch ab. Jetzt machen wir was mit dem unteren Rücken. Aber erst kurz durchschnaufen. Einmal ausstecken. Stimmen. Stirn auf die Matte. Einfach mal kurz liegen bleiben. Und schnaufen. Einen schönen Atmen. In Ruhe atmen. Sehr gut. So, sind wir bereit für die letzte Übung. Ich glaube schon. Die sieht so aus. Wir heben die Arme und Beine. Und gehen dann nach hinten. Kopf. Den Verlängerung der Wurzseule. Gehen vorn zurück. Ab geht. Und los. Und los. Eins. Und gut. Und gut. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Noch einmal das Ganze. Und dann sind wir durch für heute. Können wir uns zufrieden. Unsere anderen Aufgaben widmen. die uns zu erwarten im Alltag. Ihr merkt, meine Hirn ist schon ein bisschen Powerstoff unterversorgt. Aber das Ganze funktioniert schon noch einige Mal. Gut. Dann gehen wir wieder runter. Sehr gut. Machen wir uns bereit. Und los geht's. Noch einmal 15 Mal. Ja. Drei. Zwei. Eins. Und gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin wirklich sehr stolz auf euch. Noch ein ganz kurzes Cooldown. Kennt ihr von mir. Gut. Wir gehen im Kühlfühlserstand. Machen hier mal einen schönen Katzenbuckel. Wirbel für Wirbel nach oben. Jawohl. Und den Gegenspieler. Gehen ein Stück ins Wohlkreuz. Wirbel für Wirbel. Jawohl. Und wieder Katzenbuckel. Und wieder Katzenbuckel. Jawohl. Gehen wieder ins Wohlkreuz. Und wieder in den Kühlfühlserstand. Und wieder in den Katzenbuckel. Und wieder in den Kühlfühlserstand. Und wieder teilen Sie richtig mit dem Schattenbuckel. Ausatmen. Gehen nach vorne. Gehen Wirbel für Wirbel. Bleibt jetzt voll Freude. Lass uns einfach mal durchhängen. Jawohl. Und gehen wieder nach hinten. Wirbel für Wirbel. Dann ruhig. Gehen wieder nach vorne. Wirbel für Wirbel. Lass uns durchhängen. Atme noch mal tief ein. Und tief aus. Sehr gut. So. Wir sind durch für heute. Habe wieder riesigen Spaß gemacht mit euch. Ich bin Tobi. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.